Moin und servus liebe leute willkommen zurück bei mir der ja auch gesagt und bloodborne beim letzten mal haben wir ja endlich mal den boss besiegt hier auf der großen brücke genau dahin geht es auch zurück weil wir natürlich jetzt schauen wie es jetzt weitergeht ich könnte jetzt fast wetten dass ich jetzt hier runter muss in die kanalisation oder so was ähnliches deswegen einfach mal gucken nach dem kleinen ladebalken hust was man jetzt da natürlich wieder sinnvoll anstellen kann oder auch nicht sinnvoll und ein paar mal sterben wie sie ja schon ein zweimal gemacht habe ja so genau hier war ja der boss ach die gegner sind auch wieder da genau was haben wir denn hier nun dabei eine tür mit der ich nichts machen kann also muss ich wohl hier doch mal wieder zurück nee ich probiere es jetzt einfach mal mit dem hammer mal wieder zurück mal wieder zurück Also, wenn er trifft, dann kommt's geil. Ah, shit. Den hab ich ganz vergessen. Soll ich da jetzt mal an die Wölfe noch mal probieren? Ja, ne? Was soll's? Ja. Hallo? Bam. Bam. Nein. Huh. Fuck. Okay. Also, einer ist ja definitiv schon mal down. Oh, shit. Weg da. Nein. Nein. So, was haben die hier? Blutsteinscherben? Ja. Ja, okay. Wah. Krasse Kacke. Aber es ist hier wenigstens mal der Weg frei. Ja. Ja. So. Hier ist nach wie vor nichts. Äh. Wie war denn das jetzt hier nochmal? Der Shortcut-Rollerung, wo ich gehe, ne? Ne. Boomshit. Ne, hier war der nicht. Wo war denn der? Ach ja, da hinten. Andere Seite. Ja, genau. Da. Hä? Oder auch nicht? Ach, da. Och. Genau. Jetzt hier runter. Probieren wir es dann mal nochmal. Ne. Ich werde auch nach wie vor hier das hier machen. Ist mir lieber wieder komplett aus dem Berg ganz runter. Und dann hier schön den Fuzzis hier in die Arme laufen. Ach, mein, was mache ich denn? Hallo? Bist. Ach, Gott sei Dank. Boomshit. Oh, der lebt immer noch. Jetzt ja. Putsch. Oh, sehr nett von denen. Boah. Gut. Da die Ratten ja relativ, ey, viel Schaden machen, meistens lieber mal so und so. Beziehungsweise nicht viel Schaden, aber halt schnell sind. So. Das ist jetzt auch ein Problem. Okay. So. Was ist denn da hinten eigentlich? Außer zwei Ratten. Vier. Ratten. So. Da muss es doch irgendwas geben. Nicht. Das ist ja doof. Na gut. Aufgeräumt ist ja schon mal. Au. Keiner. Aufgeräumt ist ja schon mal. Aufgeräumt ist ja schon mal. Gut, das war es hier im Gleichstand. Nein. Mein Gott. Wie sieht das aus, hat es irgendwie Besserungen? Arkan weniger, Blitz weniger, dafür mehr gegen Stumpf und Abwehr. Wie sieht es denn hier aus? Ja, gegen Stumpf, Waffen, Blutungsabwehr und Feuer ist höher. Oh, ich nehme es einfach mal hier schon ein, wegen dem Stylischen. So, sieht nicht schlecht aus. Äh, schon. Jetzt stehen wir hier. Da geht es nicht hin. Da geht auch nichts. Hä? Oh, das ist ja klasse hier, ne? Hm. Müssen wir jetzt hier echt nur hin, wegen dem Jäger gewandt, oder was? Hä? Bon. Geht schon mal nichts. Soll ich es jetzt mal probieren, mit hier runterjumpen? Ja. Ja, machen wir mal sicherheitshalber das hier. Ah. Dickes, tödliches Blut. Supi. So. Ne, hier ist echt nichts. Oh, da muss ich jetzt etwa da auf den Spahn da drauf hüpfen. Vermutlich ja, ne? Das ist ja hier, äh, äh, nein, da ich nicht weiß, was jetzt hier losgeht. Aha. Aha. So. Hm. Ja, durfte auch so gehen. Na, gepasst. So, was ist jetzt hier? Aha. Gut, da habe ich dann wohl schon zu viele. Mein Gott. Praktisch. Ist nichts. Ja, ich kann einfach mal hier... Da geht es hoch, da geht es elendlich hoch. Da ist noch mal so ein Krabbelding, da hinten sind Raben. Ich gehe jetzt mal kurz mal hier hoch. Hallo. Irgendwann läuft doch hier. Okay, jetzt nichts. Hm. Hä? Hier geht es auch noch mal hoch. Oh, das gefällt mir nicht. Ja, und hier ist nichts. Hm. So, ich gehe jetzt mal hier hoch. Ja, ne. Da ist ein Raben. Ich gehe jetzt in den Gebäude rein. Oh nein. Okay. Okay. Hey. Puh. Hm. So, irgendwas muss es da geben. Okay. Ich gehe jetzt mal hoch. Hä, häh. fast. Aha. Aber es muss mal kurz hier clearen. Den Kack hier. So. Hier ist immer was zum Plündern. Kalblau Tau. Gut, Tau. Geht nichts. Hm. Weiße Leiche. Da auch. Irgendwann, wenn ich jetzt hier runter schaue, die komme ich dann wieder hoch. Eieieieieiei. Rätsel, über Rätsel. Eigentlich nichts. Das ist auch noch so ein Haken. Hm. Ja, lassen wir das aus mal. Ich habe mich eh schon verlaufen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich dann jetzt hier weiterkommen sollte. Oder wohin. Wie auch immer. Hallo. Hä? Jo. Irgendwoher habe ich jetzt schön die EP bekommen. Aha. Da ist jede Menge Loot. Huch. Da hinten. Da an der Leiche. Hm. Da komme ich jetzt wie ran? Was ist das einfach mal so? Ne. Äh. Boah. 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 Habe ich mich jetzt erschrocken. Äh. Oh ja. Jetzt bin ich ja da unten. Super. Genau dahin wollte ich jetzt eigentlich nicht. Äh. Es ist ja genau das eingetreten, was ich hier vorher gesagt habe, dass ich dann keine Ahnung habe, wie ich da wieder hochkomme. Und natürlich erst mal schön abkacke. Shit. Bin ja nicht schon weit gekommen. Ne. Nein. Glaube ich zumindest. Äh. Oh ja. Haha. Hm. Oh. Schön, dass ich jetzt wieder hier stehe und wieder alles da ist. Naja. Da ich ja meine Folgen eh ein bisschen kurzer machen wollte und auch gerade für mich relativ spät ist, dafür sind natürlich die anderen Folgen ein bisschen länger gewesen, mache ich hier an dieser Stelle mal nochmal eine Pause und ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis demnächst. Halleluja und Steff. Ciao. Seu's. Vielen Dank.